Moin und herzlich willkommen und so heutiges Thema Statistiken zu ChatGPT. Lasst uns starten. Hier siehst du einmal, wie schnell eigentlich das Ganze sich entwickelt hat oder wann es entstanden ist. Du siehst, dass im Juni 2018 ChatGPT1, also GPT1, released wurde, veröffentlicht wurde. Februar 2014, also 2019, wurde GPT2 released. Dann 2020 im Mai ging GPT3 in die Beta-Phase, also in die Testphase und im Juni 2020 wurde dann ChatGPT3 released. Und dann siehst du gerade so die aktuelle Version, also eigentlich gibt es jetzt wie gesagt ChatGPT4, aber eigentlich die am häufigsten genutzte, auch von der Einstellung her per Default, also per Voreinstellung, ist ChatGPT3,5 und diese wurde dann am 30. November 2022 released. Und du siehst, dass das ein Zeitraum ist von 2018 im Juni bis zum 30. November 2022 von Version 1 zu 3.5 und auch die Unterschiede. Schauen wir uns einmal an, was das so ein bisschen für das Wachstum bedeutet hat, auch im Vergleich zu anderen Anbietern. Hier sehen wir einmal eine Auswertung von Statista und das ist der Zeitraum, den Online-Dienste gebraucht haben, um eine Million Nutzer zu erreichen. Also dort seht ihr einmal den Namen des Unternehmens, dann seht ihr den Markteintritt jeweils, also die Jahreszahl. Und daneben seht ihr dann, sag ich mal, im Balken, wie lange beispielsweise Netflix, 1999 in den Markt eingetreten, hat dreieinhalb Jahre gebraucht, um eine Million Nutzer zu erreichen. Kickstarter, dort wird halt nicht von Nutzern, sondern Unterstützung ausgegangen, muss man ja etwas unterscheiden. Genauso wie bei Airbnb von Übernachtung ausgegangen wird, Kickstarter hat zweieinhalb Jahre gebraucht, Airbnb auch, um diese eine Million Marke zu erreichen. Twitter hat zwei Jahre benötigt, Foursquare 13 Monate, Facebook 10 Monate, Dropbox 7 Monate, Spotify 5 Monate, Instagram, schauen wir auch da nochmal. Also für eine Million Downloads dort, nicht Nutzer, wobei das etwas verwirrend ist, finde ich, zweieinhalb Monate und ChatGPT Eintritt 2022 hat ganze fünf Tage gebraucht, um eine Million Nutzer zu erreichen. Schauen wir uns auch nochmal so ein paar andere Auswertungen von Statista an, die ich ganz interessant fand. Hier ist zum Beispiel, wurden 24.471 Erwachsene in 36 Ländern befragt und der Anteil der Befragten, die denken, dass eine KI 2023 globales Chaos anrichten würde. Da siehst du, dass in Indien die Leute besonders skeptisch gegenüber der KI sind mit 53 Prozent, dann kommt China 36 Prozent, 33 Prozent Deutschland und eigentlich am entspanntesten sind dort hier in der Befragung durch Japan mit 18 Prozent und Kanada mit 18 Prozent. Und Indien beispielsweise ist auch eines der Länder, natürlich auch aufgrund der Bevölkerungsanzahl, welches die höchste Anzahl an Heavy-Usern hat nach den USA, wenn es um die Nutzung von ChatGPT geht. Aber anscheinend sind schon, ist ein großer Teil zumindest der Befragten in dem Segment, denn doch äußerst skeptisch gegenüber dann ChatGPT. Hier ist schon mal eine etwas ältere Umfrage, wie du siehst, von 19.000 Befragten, 16 bis 74 Jahre, in 28 Ländern November bis Dezember 2021, wie die KI Zukunft aussieht. Anteil der Befragten, die erwarten, dass sich durch KI in drei bis fünf Jahren vor allem folgendes ändern wird. Und da siehst du auch, dass Bildung ganz oben steht mit 35 Prozent, Sicherheit 33 Prozent, Arbeitswein 30 Prozent, Einkaufen 31 Prozent und dann halt folgende. Dann, welche ich auch sehr interessant fand, weil es ja auch so ein bisschen um das Thema Chatbot ging, also das war auch schon in den letzten Jahren ein Thema an sich. Und dann siehst du einmal so die verschiedenen Generationen, du hast die Gen Z, geboren 95, 2012, die Generation X, geboren 65, 79, die Millennials von 1980 bis 94 und die Babyboomer von 1922 bis 1964. Und dann hast du einmal das Thema Sendungsverfolgung, Zahlung, Bestellinformationen und Beschwerden. Und das ist der Anteil der Leute, die halt auch mit einem Chatbot folgende Anliegen klären würden im Prozent. Also du siehst ja, bei der Sendungsverfolgung sind eigentlich alle relativ, sage ich mal, offen dem gegenüber, das eigentlich zu klären, mal eben schnell eine Nummer einzugeben und dann beispielsweise wissen, wo sich das Paket befindet. Anders sieht es da dann schon mit der Zahlung aus. Du siehst, dass die jüngere Generation dort, die Gen Z, eigentlich relativ entspannt dort ist, bei 41 Prozent. Wobei es dann hier schon bei der Generation X oder den Millennials, lasst uns da erstmal dann weitermachen, bei den Millennials bei 30 ist, dann nur noch bei 28 Prozent. Und hier einfach bei den Babyboomern eigentlich gar kein Thema mehr ist, wo die sagen, nee, würde ich gar nicht machen. Entweder aufgrund der Barrieren irgendwie Zugänge oder sonstigen Dingen oder halt einfach der Skepsis. Bestellinformationen, 31 Prozent, 32 Prozent, die hier wieder steigen, 39 Prozent und 33 Prozent. Beschwerden, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Babyboomer, absolut 23 Prozent, dann würden dort auch drüber eine Beschwerde klären. Lass uns nochmal was anschauen. Fand ich auch eine sehr spannende Grafik. Zwar ist von 2022, Juni, Juli, auch wieder von Statista, Quelle Bitkom Research, wo bereits Unternehmen KI einsetzen, also von den Befragten und Unternehmen, die noch keine KI einsetzen. Und dort siehst du, dass dann wirklich der einzige Bereich, wo schon die, zumindest von den Befragten der Einsatz, die überwiegt, die noch keine KI einsetzen, das Marketing an sich ist. Also Kundenbindung, vielleicht eben dort, Produktion, Einkauf, Buchhaltung und so, ist alles noch weniger von der Nutzung als der Leute, die es nicht nutzen. Hier schauen wir auch nochmal auf eine Befragung von Statista und zwar haben sie bereits von der im November 2022 vorgestellten Künstlichen Intelligenz KI Shared GPT gehört. Und da geht es nämlich darum, im Januar, also 2023, etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung der KI-Anwendung Shared GPT, gaben insgesamt rund 37 Prozent der Befragten an, dass sie von dem Programm bereits gehört haben. Dann sehen wir mal, also 55 haben gesagt nein, 8 Prozent sagen weiß nichts oder keine Angabe, 9 Prozent ja, habe ich schon und ich habe sie auch schon genutzt oder ausprobiert und 28 Prozent sagen ja, kenne ich zwar, aber habe ich noch nicht benutzt oder ausprobiert. Aber nichtsdestotrotz ist das schon ein sehr guter Wert, wenn man bedenkt, also was für ein Medienecho das Ganze erzeugt hat, wie jung die Firma, das Projekt und die ganzen Dinge dort eigentlich sind, im Gegensatz dann teilweise zu Google oder anderen, die natürlich eine ganz andere Markenbekanntheit haben, auch hier bei uns in Deutschland. Aber letztendlich ist das schon ein sehr guter Wert, wenn du davon ausgehst, dass rund 37 Prozent der Befragten angegeben haben, bereits von dem Programm gehört zu haben. Aber ich denke auch, das spiegelt so ein bisschen den Trend wieder. Es war im Januar, dort haben es erst 9 Prozent genutzt, 28 Prozent haben zwar davon gehört, aber es noch nicht genutzt. Ich glaube, es ist auch noch ein weiter Weg oder so, dass es gar nicht so viel dann am Ende erstmal Heavy-User oder überhaupt Nutzer gibt davon, sondern dass viele erstmal auch davon hören und dann natürlich eine Zeit brauchen, um das Ganze eventuell auch mal ausprobieren zu wollen oder auch ausprobieren zu können. Und hier habe ich nochmal ganz kurz bei Tooltester einiges gefunden, da lasst uns einfach nochmal ganz schnell durchgehen. Ich finde das auch extrem spannend, hier die ganzen Sachen. Also, dann haben wir hier eben schon von Tooltester die Übersicht gesehen, wann es gegründet wurde. Hier ist Prozent der JGPT-User, USA 15 Prozent, Indien 7 Prozent, Frankreich 4 Prozent, Deutschland 3 Prozent, Vereinigtes Königreich 3,52 Prozent, andere 66 Prozent. Also Quelle SimilarWeb. Hier siehst du, dass es 161 Länder im Moment gibt, in wessen laut OpenAI JGPT genutzt werden kann und es aber auch Länder gibt in den folgenden, wo es dann nicht verfügbar ist. Hier siehst du einmal die Programmiersprachen, also das ist, hier geht es einmal um die Sprachen, also da kommen wir auch nochmal zu. Das Modell wurde hauptsächlich in englischer Sprache, aber es wurde berichtet, dass es 95 andere Sprachen verstehen, die auf der ganzen Welt gesprochen werden, beispielsweise natürlich auch Deutsch dort. Das Modell wurde hauptsächlich in der Programmiersprache Peilzen geschrieben, es ist aber auch in der Lage eine Reihe von Programmiersprachen zu verstehen darunter. Und dann kommt hier eine Auflistung, da kommen wir dann auch noch zu, zum Beispiel PHP, Java, Go, Swift, TypeScript, also schon sehr interessant. Das Wachstum hatten wir uns schon mal angesehen, hier einmal die Infrastruktur, der Output. Kommen wir nochmal, hatte ich hier noch etwas? Ach ja, genau, das ist die Besucheranzahl, da siehst du einmal ganz kurz, wie sich das entwickelt hat. Beispielsweise im November 152.700, also dort noch 1.000, 152.700 Besucher, Dezember 22, 266 Millionen, Januar 616 Millionen. Ist halt von, ich glaube, SimilarWeb. Wie gesagt, aber gibt schon mal einen sehr guten Trend, was das für eine Markenbekanntheit über, sage ich mal, über den Jahreswechsel hingelegt hat und auch darüber hinaus. Und dann sieht man hier so ein bisschen die Trafficquellen. Hier sieht man auch so ein bisschen, nach welchen Keywords gesucht wird, das JGPT Login, also wirklich am meisten gesucht wird, so beispielsweise, wo kann ich mich anmelden, wie kann ich mich anmelden, wie komme ich dort rein. Hier siehst du unten auch nochmal JGPT Login. Das scheint auf jeden Fall zu beschäftigen. Hier ist nochmal so ein bisschen, wofür das Ganze genutzt werden kann. Es gibt natürlich auch Limitierungen und Sicherheitsmaßnahmen. Und ansonsten war es das dort von diesen Statistiken, denke ich mal. Aber es gibt einen sehr guten Überblick erstmal über die Nutzung, wie JGPT überhaupt gesehen wird und alles Weitere in den nächsten Videos. Wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Erfolg bei der Nutzung von JGPT. Hier ist die Nutzung von JGPT. Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal. Don plane Jupiter Starken Kreuzung und angek cres proudly. Die Nutzung von JGPT. invitieren mich sehr gut an, und wir sehen uns beim nächsten Mal.